Fernsehwein, Mediashop ist wirklich sauer! Herzlich willkommen bei uns! Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen! Wir möchten heute etwas für Ihre Schönheit tun, im Speziellen für Ihr größtes Organ, richtig, für Ihre Haut. Menschen mit Hautproblemen sind oft psychisch belastet und fühlen sich nicht wohl. Dem möchten wir heute entgegenwirken mit einem neuen, sensationellen, patentierten Hautreinigungs- und Pflegetuch mit dem Namen Clean Skin. Clean Skin wurde in der Schweiz entwickelt und wird in Deutschland hergestellt. Clean Skin wurde auch dermatologisch getestet und mit dem Prüfsiegel sehr gut ausgezeichnet. Präsentiert wird Ihnen Clean Skin heute nicht von mir, sondern von einer prädestinierten Dame, die wirklich alles über Clean Skin weiß. Herzlich willkommen, Elisabeth! Clean Skin ist aber nicht nur für die Damen geeignet, sondern natürlich auch für die Herren. Und die sind jetzt an der Reihe. Und ich garantiere Ihnen, auch Sie werden begeistert sein.